Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Lehrserie über Intimität mit Gott. An den Anfang dieser Folge möchte ich einige Aussagen der Bibel stellen, die aufzeigen sollen, dass unser Thema ein zutiefst biblisches ist. Die Heilige Schrift ist durchdrungen von der Sehnsucht Gottes nach dem Menschen. Aber sie erzählt an vielen Stellen auch von der umgekehrten Sehnsucht, die beispielsweise bei König David besonders gut zum Auszug gekommen ist. Solche Menschen, die Gott ersehnen, die in seiner Nähe sein wollen, scheint Gott ganz besonders wert zu schätzen. Es begeistert ihn, wenn wir ihn suchen und lieben. Intimität ist für Gott kein Fremdwort, sondern entspricht im Gegenteil dem Kern seines Wesens. Die erste Bibelstelle stand aus dem ersten Buch der Bibel, genau aus Genesis 3. In diesem Kapitel wird vom Sündenfall und seinen Folgen berichtet. Die meisten von uns kennen sowohl die Geschichte des Fallens als auch die Folgen für die Menschen. Beim Lesen kann es deshalb passieren, dass man eine Aussage übersieht, die uns das Herz Gottes zeigt und auch wie wichtig Gott die Nähe zum Menschen ist. Nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatten, brach nicht nur für sie eine Welt zusammen. Sie verloren das Bedeutsamste, was der Mensch überhaupt haben kann, das Vertrauen darin, dass Gott gut ist. Aber Gott verlor ebenfalls etwas für ihn sehr Kostbares. Ich lese Verse 8 und 9. Sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes. Mitten zwischen den Bäumen des Gartens und der Herrgott rief den Menschen zu und sprach zu ihm, wo bist du? Gottes erste Reaktion auf den Sündenfall lässt uns sein wunderbares Herz erkennen. Seine erste Frage dreht sich nicht um den begangenen Tatbestand, sondern sie ist eine Beziehungsfrage. Er sagt nicht, was hast du getan, sondern er fragt, wo bist du, Adam? Gott hat die Trennung zwischen den Menschen und ihm schmerzhaft wahrgenommen. Wo bist du, Adam? Wir waren einander doch so nah. Ich spüre, dass du auf Distanz gegangen bist, dass du die Nähe zu mir meidest und das Vertrauen zu mir verloren hast. Adam bestätigt Gottes Annahme. Der Sündenfall trieb einen Keil in die Intimität, die zuvor zwischen Mensch und Gott bestanden hat. Was Gott sich gewünscht und geplant hatte, wurde vom Menschen auseinandergerissen. Danach war es nicht mehr wie zuvor. Doch Gott hat nicht aufgegeben. Wir alle wissen, dass er bereit war, das Nötige zu tun, um uns wiederherzustellen und in die Beziehungsnähe zurückzuführen, die durch den tiefen Graben der Sünde zerstört worden war. Gott gab seinen eigenen Sohn, der am Kreuz um den Preis der Intimität seines Vaters mit uns Menschen furchtbar gelitten hat. Wieder kann man sagen, seither ist nichts mehr wie vorher. Seit Jesus stellvertretendem Sühnetod ist der Weg für uns Menschen wieder frei, um in Gottes Gegenwart zu kommen und um mit ihm in vertrauensvoller Nähe zu leben. Und das für immer. Die Rettungstat Jesu war eine Rettung aus der Trennung zwischen Mensch und Gott. Die Apostel Paulus und Johannes beschreiben die Tatsache, dass Gott uns auf einzigartige Weise nah sein möchte, mit wunderschönen Worten. Kolosser 1, 27. Der Reichtum, der Herrlichkeit, dieses Geheimnisses unter den Nationen, das ist Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Reichtum der Herrlichkeit, des Geheimnisses Gottes, das ist Christus in euch. Das ist das große Geheimnis. Kolosser 3, Vers 3 heißt es, Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind in Gott. Das ist für mich eine der schönsten Aussagen der ganzen Bibel. Zusammen mit Jesus verborgen in Gott selbst, dort, wo alles gut ist. In Johannes 14, 23 heißt es, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnungen bei ihm machen. Johannes setzt den Aussagen von Paulus noch eins obendrauf. Nicht nur, dass wir in Gott sein dürfen, ganz nah bei ihm, sondern der Vater, der Sohn und, wie es in den Texten über die Taufe im Heiligen Geist bezeugt wird, Auch der Heilige Geist wollen in uns wohnen, sich dauerhaft in uns niederlassen. Das ist gewaltig. Wir in Gott und Gott in uns. Natürlich gibt es weitere biblische Aussagen, die die Intimität mit Gott hervorheben. Ich möchte es an dieser Stelle bei den vorigen belassen. Ich möchte vielleicht noch eine anfügen, die alle Unsicherheit an der Bedeutung, die die vertrauensvolle Nähe für Gott hat, beseitigen sollte. Sie ist als das erste Gebot bekannt geworden. Als Jesus darauf angesprochen wird, welches Gebot aus den fünf Büchern Mose denn das wichtigste sei, antwortete er mit einem Zitat aus Deuteronomium 6, 5. Jesus, so heißt er dort, wird gefragt. Lehrer, heißt es in Matthäus 22, 36 bis 38. Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das erste und wichtigste ist Gott, die Liebe. Alles, was er selbst tut und sagt, geschieht aus seiner Liebe heraus. Alles, was er von uns verlangt, ist ihn zu lieben. Moment, sagst du vielleicht, kann man denn gebieten, jemanden zu lieben? Ich glaube nicht. Und ich verstehe dieses Gebot auch nicht als eine Du-must-Regelung, sondern als eine Einladung für dich und für mich. Du bist eingeladen, näher zu treten und Gott kennenzulernen. Wenn du ihn ungefiltert betrachtest und dich ihm Stück um Stück näherst, wirst du ihn lieben lernen. Aus der Ferne oder das Unbekannte zu lieben, funktioniert einfach nicht. Du musst sehen und erleben das, was in dir dann Liebe wecken wird. Beim nächsten Schwerpunkt dieser Folge geht es um die Frage, wofür und nach welcher Vorlage wir eigentlich geschaffen sind. Das sollte uns zeigen können, was wirklich wichtig für unser Leben ist. Wozu sind wir eigentlich geschaffen worden? Gott verwendete tatsächlich eine Vorlage, als er uns geschaffen hat. Steht nämlich in Genesis 1, Vers 26. Jetzt wollen wir Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist, hören wir ihn dort sagen. Gott trifft in der Dreieinigkeit die Entscheidung, was uns Menschen machen. Du und ich, wir sind Gott nicht gleich, aber wir sind ihm ähnlich. Unser Ebenbild, sagt er, das uns ähnlich ist. Vieles von dem, was Gott in sich trägt, ist auch in uns angelegt. Zum Beispiel unsere Emotionen. Allein der Mensch ist nach seinem Bild geschaffen. Alle Tiere und Pflanzen sind nach ihrer Art, so heißt es in den Texten des Schöpfungsberichts, geschaffen. Nur der Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen. Der nächste logische Schritt, um zu verstehen, wofür und wie wir geschaffen wurden, ist natürlich, sich anzuschauen, wie der Gott ist, nach dessen Bild wir Menschen geschaffen wurden. Gott ist erstens vollkommen. Die Bibel nennt seine Vollkommenheit heilig. Darin sind wir Gott noch nicht gleich. Und Gott ist Liebe. Wenn wir seine Liebe betrachten, können wir verstehen, wozu wir geschaffen sind, nämlich für die Liebe. Wir sind aufgerufen, sogar uns selbst und unsere Feinde zu lieben. Lieben ist das Kernthema in der Kirche. Das Kernthema des christlichen Glaubens. In der alten Kirche des Ostens gab es ein wunderschönes Wortbild für die Intimität, die im dreieinigen Gott besteht. Ich spreche vom Begriff der Perichorese, einem Wort, das aus zwei Worten abgeleitet ist, die uns von anderen Begriffen her bekannt sind. Peri von der Peripherie, dem Drumherum, und Chorese von der Choreografie. Bildhaft könnte man die Vorstellung von der Dreieinigkeit, die damals vorherrschte, als den ewigen Tanz der Liebe beschreiben. Gott ist miteinander, in Liebe und auf ewig verbunden. Eine Person Gottes liebt die andere. Zusammen lieben sie einander und uns. Gott ist Liebe. Die Berufung des Menschen ist zu lieben und geliebt zu werden. Etwas Größeres gibt es für uns Menschen tatsächlich gar nicht. Ich schließe diese Folge mit einigen Worten zu der großen Bedeutung ab. Die die Intimität mit Gott für uns als Christen hat. Sie ist nämlich nicht nur einfach schön, sondern so wichtig, dass ohne sie unser Glaube in bestimmten Herausforderungen gar nicht überleben könnte. Ich erzähle dazu eine Geschichte, die dir sicher bekannt vorkommt, die aber zugleich wie ein brandaktueller Bericht klingt. Ich zitiere. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn. Sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungerstöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen. Und sie werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aus hat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Matthäus 24, Verse 3 bis 13. Wenn die Umstände schwierig werden, wenn die Weltentwicklung sich weiter zuspitzt, wenn alles auf das Chaos zuzulaufen scheint, dann, wenn die Ungerechtigkeit noch mehr zunimmt, nicht mehr zu ertragen ist, menschlich nicht mehr zu ertragen ist, dann, sagt das Wort, wird die Liebe der meisten erkalten. Dann wird die Liebe der meisten erkalten. Diese Worte hat Jesus nicht an irgendjemand gerichtet, sondern an seine Jünger. Diese Worte gelten uns. Das ist für mich so krass an dieser Aussage. Er hat sie nicht zu säkularen Menschen gesprochen, sondern zu seinen Nachfolgern. Das bedeutet, ohne gelernt zu haben, in einer intimen, also vertrauensvollen Liebesbeziehung mit Gott zu leben, stehen wir alle in der Gefahr, irgendwann einmal zu sagen, Gott, die Umstände sind zu krass, die Ungerechtigkeit zu groß, die Gesetzlosigkeit zu heftig. Ich kann nicht mehr glauben und ich werde dich verlassen. Liebe bleibt nur am Zentrum der Flamme heiß. Je weiter wir weg sind, desto schneller erkaltet sie. Ich will dich aufrufen, Gott nahe zu kommen, Intimität mit ihm zu leben, keine Fernbeziehung zu führen, damit deine Liebe nicht kalt wird. Ich bete zum Schluss. Vater, ich danke dir für die Menschen, die dieses Wort gehört haben und ich ringe vor dir darum, dass sie ins Zentrum deines Feuers, des Feuers deiner Heiligkeit und Liebe kommen, dass sie dir nahe kommen, dass sie sich wurzeln und gründen, wie Paulus es schreibt, in deiner Liebe, dass sie die über unser Verstehen hinausgehende Liebe ein Stück mehr erkennen, annehmen, aufnehmen und in deiner Nähe verweilen lernen. In Jesu Namen, Vater, bete ich. Amen. 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 Amen.